Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Es wird mal wieder Zeit für ein FAQ. Normalerweise kommt ja einmal im Jahr eins. Jetzt ist es ein bisschen länger her als ein Jahr, dass das letzte kam. Also wird es mal wieder Zeit. Und ja, ihr könnt mir hier unter diesem Video Fragen stellen. Oder auf Instagram oder auf Discord. Falls ihr mich da habt. Und ja, wenn genug Fragen zusammengekommen sind, dann gibt es natürlich das Antwortvideo. Und sonst, ja, viel mehr gibt es dazu gar nicht zu sagen. Eine ganz leichte Sache. Und dann bin ich mal gespannt, was diesmal so für Fragen reinkommen werden. Und dann sage ich mal mehr, wenn ihr mich wieder seht. Ihr müsst unbedingt schauen, wie es weitergeht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.